Heute spielen wir der Mangel ist gekommen auf der Sopran Glockflöte. Viel Spaß! Eins, zwei Jawohl, das hast du super gemacht. Wenn es dir noch zu schnell war, dann stellst du das Video unten in den Slow Motion Modus und wenn du noch mehr Flöte mit mir spielen möchtest, dann komm in die Blockflöten Community mit Herz. Hier spielen wir online. Gemeinsam flöte, wir üben zusammen viele schöne Stücke. Es gibt verschiedene Zoom Calls, verschiedene Levels für Sopran Blockflöte, für Alt Blockflöte und wenn du dich dafür interessierst oder für Online Unterricht mit mir, dann schreib mir eine E-Mail. Die E-Mail Adresse schreibe ich unten rein und ich freue mich, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Damit unterstützt du meinen Kanal und abonniere auch meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Ich bedanke mich jetzt und freue mich auf dich beim nächsten Video. Bis dann, deine Charlotte.